ich habe nun den sonnenschutz von kolibri etwa zwei wochen ausprobiert bisschen hin und her probiert was geht was geht nicht und meine erfahrungen werde ich euch im heutigen video erzählen hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und wir sprechen hier unter anderem viel über skin care diejenigen von euch die sich mit skincare ein bisschen auskennen wissen eben wenn man der sonnencreme raus bringt das kann enorm lange zeit verschlucken bei kolibri hat es tatsächlich drei jahre gebraucht bis sie die formulierung so hin hatten wie sie es jetzt haben und man weiß der ganzen sache ging ein kleiner skandal von hinweg ich habe ja mein letztes video was ich gedreht habe das auch so ein bisschen zum thema ich würde das gerne unter sie legen weil es halt einfach so aus jede haut ist anders jede erfahrung ist anders und ich kann natürlich nicht davon berichten wie der sonnenschutz mit den eigenen kolibri produkten performt das weiß ich nicht wenn jemand so richtig kolibri überzeugt ist und einfach nur kolibri verwendet ich habe gerade nichts von kolibri da ist ja vielleicht schlau gewesen da wirklich vielleicht dass ich hatte mir kurz das vitamin c überlegt habe es dann doch nicht bestellt ich habe auch meine probleme mit dem produkt gehabt jetzt weiß ich wie es anwenden muss dass es bestimmte regeln gibt wie es anwenden muss und ich würde dir kurz noch mal sagen wie man haut was ich bin 44 jahre alt ich habe eine fertige mischhaut und große poren vertrage eigentlich relativ viel und bei mir haben gängige sonnenschutzprodukte eigentlich immer so ja das bei mir generell immer so das problem die sind fettig speckig generell nicht matt und was ich an dem produkt ganz interessant fand im vorhinein die haben ja werbung gemacht damit dass es matt ist und ich habe dann gesehen ja da ist tonerde drin und habe dann einfach gar nicht gezögert und habe das produkt gleich gekauft weil ich hier im moment sonnenschutz hat der für mich nicht gut funktioniert da wird es aber auch noch ein zweites video geben weil ich habe hier noch eine zweite sonnenschutz getestet und deswegen wollte ich das produkt unbedingt testen denn ich habe von den vielen produkten die ich jetzt verwendet habe war glaube ich kein einziger matt kein einziger kommen wir zu der verpackung gleich weil die finde ich enorm gut ich glaube ich habe noch keinen einzigen sonnenschutz getestet mit pumpe was ist die sache natürlich unwahrscheinlich leicht macht dass du die richtige menge aufträgst ich trage zwischen 4 und 4,5 pumpe auf das ist etwa ein gramm sollte ein gramm auf dem gesicht auftragen und ich finde das einfach so easy du hast die menge einfach im griff und bei mir ist bei vier mal ein bisschen weniger wie ein gramm rausgekommen deswegen gucke ich immer so 4 bis 4,5 je nachdem und das ist halt einfach perfekt auch für einen sonnenschutz weil du kriegst das ding leer also es ist nicht so wie in der tube dass da viele rückstände drin bleiben aber wohl die tun schneide ich meistens auch immer auf so pumpe geschichten die gehen hat meistens leer das ist richtig gut und ich liebe das muss ich wirklich sagen weil es ist halt einfach es ist super einfach anzuwenden da gibt es überhaupt keine kompromisse und da kommt nicht zu viel raus da kommt nicht zu wenig raus mit 4 bis 5 pumpe etwa kommst du genau dass du genau die menge die du im gesicht auftragen kannst wenn es ein bisschen wärmer wird bei uns frauen der culty und hals nicht vergessen dann sind es halt eher fünf bummstöße bei mir ist es tatsächlich so ich habe das produkt bekommen vor zwei wochen etwa und habe das dann auf die normale haut aufgetragen also der ist nachmittags angekommen da hatte ich schon sonnenschutz drunter und alles meine haut war nicht feucht und nix und ich habe das aufgetragen und ich dachte mir so ob wieso haben sich die diversen influenza da so aufgeregt also man zum teil hat man sich schon aufgeregt weil man war gehypt man wollte dass das produkt für alle funktioniert und das tut hat nicht und das hat funktioniert und ich weiß hat aus der erfahrung heraus produkte mit klöze reden die aber so gelig sind bei flüssig flüssigen geht's lustigerweise glitzerin und hyaluron sind ja meistens so gelig gibt's auch in flüssigen varianten natürlich hängt ja immer davon ab wie euer produkt ist aber wenn das so gelig ist und du das auf dein gesicht aufträgt und sonnenschutz drauf packt der da mit dir und dame haut nicht so ganz kompatibel ist und dann eben mit dem hyaluron oder dem glitzerin drunter das fällt sich dann zu 100 prozent wie schon am anfang gesagt ich kann nicht sagen wie das mit dem hyaluron von kolibri funktioniert falls du jemand bist der das hyaluron von kolibri verwendet schreibt mir das gerne mal unten in die kommentare also ich habe gleich am anfang probiert so was mit welchem produkt von mir funktioniert und was überhaupt nicht funktioniert und hyaluron geht gar nicht und ich verwende ja das catrice hyaluron und ich habe aber auch diese nachmache von isana verwendet diese vom liquid hydrator von no dass auch glycerin drin und das auch so ein bisschen dicker und da habe ich auch gemerkt dass es so leicht vom gesicht runter bröselt meine variante ist die ich habe jetzt ein bisschen gebraucht bis ich das produkt hat wirklich einwandfrei auftragen konnte und habe dann sehr schnell rausgefunden und diese review würde ich dir auch unter sie packen dass der nur dass das no vitamin c und das hier bei mir wunderbar kompatibel ist dass hier trocknet ein bisschen aus als nicht austrocknen was mattiert ab austrocknen ist die falsche bezeichnung durch dass das hier tonerde drin ist und wer tonerde kennt weiß man hat so richtig ab mattiert das gefühl auf der haut oder in den haaren je nachdem tonerde ist dann meistens immer ein masken dran und das ist hier drin und das macht die ganze geschichte für mich tatsächlich über den tag hinweg trage war je nachdem wie exakt ich das aufgetragen habe gerade meiner t-zone die so ein bisschen fertig ist die tonerde ist natürlich schon was besonderes und wenn ich jetzt auf der homepage von nose ist es für fettige aber auch für trockene haut gut das möchte ich so nicht unterschreiben denn da muss ich wirklich wieder sagen ich als menschen mit fertiger haut habt ihr ganz oft das problem bei sonnenschutz dass der zu fettig ist oder zu schwierig ist und wenn ich dann irgendwie noch ein produkt drunter packe das eben wie das produkt ölig ist das ist dann halt tatsächlich zu viel und das ist für mich dann auch nicht komfortabel weil ich was mir das gesicht um eben das fettige speckige von der nacht beispielsweise loszuwerden und pack mir dann wieder was fertig speckiges drauf mag ich nicht und so hat man eben auch stimmen bei dem sonnenschutz gehört die die eben anmahnen die eben eine trockene haut haben die nichts feucht feuchtigkeit spenden das drunter tragen konnten und dann eben erhebliche probleme hatten weil immer wenn sie irgendwas feuchtigkeit spenden das drunter hatten ist von der haut runtergerollt aber da gibt es einfach mehrere faktoren die da einfach rein spielen können und man hat jetzt auf instagram einfach auch gesehen es gibt enorm viele leute die mit dem produkt zurecht kommen und wenn ich halt einfach gesichtswasser geht übrigens auch noch von isana das was ich da immer verwende das funktioniert auch einwandfrei also flüssig aber sobald das produkt habe ich gemerkt ein bisschen geliger es rollt sich der sonnenschutz ab und geht es nicht mehr und mit dem vitamin c von wo ich halt auch nicht hundertprozentig begeistert bin von und das ist halt eine kombination die g1a klar weil mit dem vitamin c kannst du eben deinen sonnenschutz noch mal ein bisschen pushen was eben antioxidantien sind und es harmoniert in meinem fall einwandfrei ob das in deinem fall einwandfrei harmoniert weiß ich nicht aber ich kann einfach diejenigen von euch auch verstehen die sich gemeldet haben und gesagt haben in dieses hautgefühl geht für mich über den tag hinweg einfach gar nicht kann ich verstehen denn wie gesagt mir geht es häufig auch so bei produkten die einfach fertig schmierig sind das mag ich dann auch nicht weil zum einen sind dann die haare betroffen bei mir welcher trage ja auch einen pony und zum anderen irgendwie durch ganz einfach wie eine speckschraut und das ist bei den meisten produkten auch vor ich fand halt nicht ganz komfortabel du musst halt oder ich in meinem fall ich würde es nicht verallgemeinern muss halt darauf achten dass man die haut trocken ist ich muss darauf achten was ich danach auftragen und dann funktioniert das aber es hat so ein bisschen gedauert bis ich mich mit dem produkt einrufen konnte es ist das erste produkt für mich mit ton erde habe ich ja schon gemeint und ich würde mir wünschen dass es einfach mehr produkte gibt die so ein bisschen gezielter also gerade sonnenschutz gezielter für menschen mit fertiger haut und gezielter für menschen mit trockener haut ausgelegt sind weil da merke ich einfach da gibt es immer nur ein hauttyp und da kannst du halt komplett falsch liegen und wenn jetzt ein hersteller her geht und sagt er macht zwei varianten von sonnenschutz aber für fertige haut und einmal für trockene haut dann ist glaube ich einigen mehr geholfen dass sie halt einfach dieses komfortable auf der haut hat einfach aufführen und das beachten hersteller oftmals gerade was den sonnenschutz betrifft nicht das ist halt auch ein extrem schwieriges thema ich bin her gegangen und habe mal bei magie auf der seite geguckt was für filter sind dann drin ich kann euch die seite von der magie magie minus weniger punkt die wirklich empfehlen und sie hat ja mit dem marik zusammen den dirty beauty talk der jetzt auf eis gelegt wurde aber der ist immer noch aktiv glaube ich auf dem blog und wir haben ja ganz viel über das thema sonnenschutz gemacht und wenn du ganz unten auf die seite gehst die ich dir verlinkt habe da kannst du mal oben in die suchleiste von dieser liste von den sonnenschutz filtern kannst du mal einfügen welche filter denn in deinem produkt drin sind und da fangen die richtig guten filter waren schon recht weit oben an also es ist halt wirklich nur wunderbar ausgelegtes produkt und für diejenigen von euch die da immer noch durcheinander kommen ich finde es halt auch nicht okay von der kosmetik industrie es gibt sonnenschutzprodukte es gibt tagescremes mit uva das ist eben auch so ein tagescreme produkte auch so ein twitter produkt dann gibt es kremes die eben lichtschutzfaktor drin haben da ist wahrscheinlich irgendein minderwertiger filter drin keine ahnung aber da ist kein uva schutz mit drin also da gibt es einiges was man zu beachten muss meistens findest du die richtigen produkte eben in der drogerie wirklich bei der sonncreme auch und nicht bei der skin care wenn du da noch so ein bisschen unsicher wirst gehe einfach zur sonncreme und lass die produkte die bei der skin care stehen links liegen außer du nimmst das produkt in die hand und guckst mal ob da irgendwo ein uva siegel da ist na also sind diese zwei kreise und dann bist du nämlich auf der richtigen seite dann hast du nämlich auch im uva schutz weil ich kenne die filter auch noch nicht auswendig ich gehe immer bei magi auf die seite und guckt welche filter drin sind und dann kann man ungefähr abwägen und hier ich habe keine zahlen gefunden jetzt auf der homepage manchmal geben die hersteller uva schutz an aber in der regel sagt man ja durch drei und dann kommt man ungefähr auf den uva schutz aber die sind da in dem produkt wirklich gut ausgelegt habe ich jetzt geschaut und ich kann euch wirklich die seite von der magi empfehlen wenn ihr euch das mal angucken wollt und einfach mal ein bisschen gegen checken wollt was anfühlt dann ist bei euch ein produkt drin und das hier weiß überhaupt nicht überhaupt nicht hätte ich jetzt auch nicht gedacht hast du andere erfahrungen mit dem produkt gemacht als ich hatte es bei dir sofort funktioniert oder hat es bei dir überhaupt nicht funktioniert schreibt es gerne unten in die kommentare das ist wichtig vergisst dabei aber dein hauttyp nicht vielleicht auch ein bisschen wie alt du bist und dann kann eben ein zuschauer ein bisschen abwägen wie ist das für mich oder wie ist das nicht für mich denn so wie ich im letzten video schon gesagt habe eine gute review macht bei mir aus wenn ich eben auch andere meinungen unten in den kommentaren stehen habe ich melde mich an der stelle wieder ab bedanke mich bei dir fürs einschalten gibt diesem video gerne einen daumen nach oben und hinterlassen kommentar ich sag danke fürs einschalten bis zum nächsten mal tschüss